Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Sonntag, der 19. Mai 2024, 10.38 Uhr hier auf Wunder. Hier nun das Neueste für heute. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Schaut doch mal auf einen Plausch bei uns noch nicht vorbei. So, damit sind wir heute am Ende. Ich wünsche euch noch allen einen wunderschönen Tag. Geil. Mein Greenscreen. I love it. Was macht der? Ich habe doch gar nichts gemacht. So, ähm. Doch, wir ziehen uns um. Ja, wir haben genügend Zeit. So. Lola, vielen, vielen lieben Dank für deinen Sub. Wie schön ein Stream doch starten kann. So, okay. Es gibt einmal drei Community Points. Und Luna. Dabei bin ich noch halb im Schlafanzug. Und Luna kriegt einmal, merke ich das auch. Hm, ja. So, ich muss neue Emotionen einfügen. So, jetzt kann ich doch endlich mal seit das erste Mal langem Schlabbershirt anstehen, oder? Naja, fleckig ist das Top eigentlich nicht. Es ist strahlend weiß. So selten wie ich weiß wasche. So, sollen wir ein Knotenschort anziehen? Das passt schon eher, oder? Ach, Moment, warte mal. Anonymous hat ein Abonnent geschenkt für Luna. Wait, hä? Ich schenke es gerade gar nicht. Du hast du jetzt Abo... Egal. Passt schon so. Danke, Anonymous. So, hier. Gibt es hier eine wunderschöne Schlafanzugshose mit Sternchen? Was ist das? Scheiße, ich habe gar keinen Schlafanzug für nächste Woche. Beide Schlafanzüge von mir sind blau. Juba, good morning. Nice to see you here. Nehmen wir mal die Streckhose, oder? Jawoll, ja. Oh, nein. Und jetzt? Oh, hier können wir doch diesen wunderschönen Duft machen. Wie gesagt, ich mache mich erst nachher fertig nach Just Dance. Nach dem Baden. Wie ärgerlich das doch ist. Ach, Manu, das tut mir voll leid für dich. So, ich würde sagen, wir nehmen das hier, oder? Ja, das passt gut. Ähm. Nee, ich bin ungeschminkt. Bis auf keine Ahnung. Ich habe blaue Farbyssocken an. Für diejenigen, die es interessiert. Meine grauen Farbyssocken sind gerade in der Waschmaschine. Wieso habe ich die hier nicht im Blau? Habe ich süße blaue Socken? Die sind zu dunkelblau. Ich brauche hellere. Die haben Löcher nicht. Meine Socken haben aktuell keine Löcher. Ansonsten wäre ich bestimmt nett darauf hingewiesen, dass ich Kartoffelsocken anhabe. Nehmen wir die. So, ich werde meine Filzbanddoffeln gleich anziehen. Die schwarzen. Ja, ich würde sagen, langsam sieht es aus wie mein Charakter. Äh, wie ich. Ähm, ziehe ich mir heute eine Tasche an. Später vielleicht, wenn ich weggehe, aber jetzt gerade noch nicht. Jetzt gleich eher so Putzumhänge-Tasche. Was ist das mit Vögelchen? Ich habe gleich ganz viele Vögel wieder auf mir. Perfekt. Hi, that's me. So, wir kaufen jetzt drüben. Wir müssen aber gleich auch mal was machen. So, was da ist. Wie habt ihr geschlafen? Ich glaube, es hat vibriert in WhatsApp. Oh, perfekt. Okay, meine... Ich habe gerade gar nicht gelesen. Okay, wir brauchen Geld. So, Siato, was sagt denn dein Rügenpreis? Okay, wir holen uns einfach mal 300, bitte. So. Okay, dann würde ich sagen, suchen wir sie mal. Wir starten einfach mal. 15 Minuten, here we go. Okay. Okay. Da-da! Ha! Wir haben sie! 50 Sekunden haben wir gebraucht. Okay, die Rübenkosten... Was? 104 Sternis? Wir gucken mal, ob jemand im Discord schon was geschrieben hat, was so denn der Preis bei den anderen ist. Ja, ich habe heute früh alle Notifications von meinem Handy abgearbeitet. Dankeschön nochmal für deine Geburtstagsgeschenke. Hä, Nachricht kann nicht gesendet werden? Was habe ich denn da geschickt? Nachricht löschen? Ich habe keine Ahnung. Ähm, so... Rübenpreise... 104. Ach komm, wir kaufen einfach. Maximal. So... Du schreibst jetzt, dass sie 99 kosten. Ah! Egal. Das habe ich gekauft. Ta-da-da-da! Ta-da-da-da-da! Miu! Boah! Tentatron, du kleiner Stockhaus, musst du vor meiner Haustür. Oh, ist er nicht süß? Kein Problem, Tentatron, mach ruhig deine Pause. Ich würde nur sagen, dass du süß bist. Ach, so. So, so, Animal Crossing, vielen lieben Dank, dann follow. Sehr schön. Und was ist dein Rübenkreis heute bei dir? Einen wunderschönen guten Morgen, Brothäus. Heute war wieder Rübenkauftag. Meine Rüben waren sehr teuer, ich habe mir 14 Messe gekauft. Ich habe mir die Rüben für 104 pro Stück gekauft. Jetzt müssen wir ja nicht so auf gute Preise hoffen. Beim Seato wären sie deutlich günstiger gewesen, mit nur 99 Stück, die Rüben. Wieso habe ich eigentlich schon wieder verfaulte Rüben hier? Schon wieder nicht alle verkauft. Nehmen wir mal die verdorbenen Rüben, oder? Perfekt, so. Wir würden nachher noch mal... Ach, guck mal, da ist ja auch noch eine verdorbene Rübe. Wir haben schon 400 verdorbene Rüben. Geil, oder? So. Gut. Wir sehen uns dann später wieder in Animal Crossing. Bis dahin. Bye-bye.